Hallo zusammen, ich bin die BNC lernende Logistiker im ersten Lehrjahr bei der IG Powder Coatings. Ich gebe dir einen Einblick über meinen Prüf. Kommt doch mit! Das ist unsere Warenanlieferung. Ich empfange den Chauffeur und schaue, ob die Lieferung für uns ist. Ich prüfe die Bestellung, dann wird die Ware abgeladen und kontrolliert. Als nächstes muss ich speziell darauf achten, dass das Material am richtigen Bestimmungsort eingelagert wird. Nach bestimmten Vorgaben muss ich die Ware im System einbuchen. Mein Ausbilder zeigt mir, wie ich dabei vorgehe. Wir lernen, dass es mehr als nur Mitarbeiter sind. Wir gehen auch immer zusammen ins Mittag und lernen auch für die Schule. Mein Chef erklärt mir, wie ich die Produkte auslagern kann und dabei mit coolen Maschinen hantieren darf. Wichtig für mich für den Prüf ist Ordnung sein, dass du fit bist und logisches, räumliches Verständnis hast. Und der wichtigste Teamgeist. Ich bin während meiner Lehre auch im Speditionsbüro und habe dort viele Kundenkontakt. Ich habe dir jetzt einen Einblick in meinen Arbeitsalltag gegeben. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du dich da gerne bewerben. Ich gehe jetzt in den Feierabend. Tschüss! Ich gehe jetzt in den Feierabend. Tschüss!